Der Edle verlangt alles von sich selbst. Der Primitive stellt nur Forderungen an andere. Der höhere Mensch hat Seelenruhe und Gelassenheit. Der Gewöhnliche ist stets voller Unruhe und Aufregung. Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing kleine Steine wegzutragen. Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken. Das ist das Edelste. Zweitens durch Nachahmen. Das ist das Leichteste. Und drittens durch Erfahrung. Das ist das Bitterste. Der Na tut, was er nicht lassen kann. Der Weise lässt, was er nicht tun kann. Den eigenen Fehler erkennt man am besten mit den Augen anderer. Die Lebensspanne ist dieselbe, ob man sie lachend oder weinend verbringt. Das Gesicht eines Menschen erkennst du bei Licht. Seinen Charakter im Dunkeln. Der Edle geht gegen die eigenen Fehler an, nicht gegen die Fehler der anderen. Bei einem guten Rennpferd lobt man nicht etwa seine Kraft, sondern seinen Charakter. Beobachte, wie er handelt. Betrachte seine Motive und untersuche, worin er seine Ruhe findet. Wie könnte ein Mensch dir dann noch etwas verbergen? Bist du arm, aber gesund, so bist du ein halber Reicher. Das Schlimmste ist, wenn man sich selbst vergisst. Der Blick auf die kleinen Vorteile macht große Leistungen unmöglich. Der Edle gewinnt Freunde durch seine kultivierte Gelehrsamkeit. Und mit Hilfe dieser Freunde fördert er seine Menschlichkeit. Der Edle kommt mit allen in seiner Umgebung gut aus. Der gemeine Mensch neigt dagegen zur Kompanei und Vetternwirtschaft. Der Edle strebt nach Harmonie, nicht nach Gleichheit. Der gemeine strebt nach Gleichheit, nicht nach Harmonie. Die Natur des Menschen lässt sie einander nah sein. Doch die Gebräuche halten sie voneinander fern. Du kannst den Hahn zwar einsperren, aber die Sonne geht doch auf. Du sollst unersättlich im Lernen und unermüdlich im Lehren sein. Ein Augenblick der Geduld kann viel Unheil verhüten. Ein Edler Mensch schämt sich, wenn seine Worte ständig großartiger sind als seine Taten. Ein Edler orientiert sich immer nach oben. Nur ein Gemeiner orientiert sich am untersten. Ein Edler sollte in seinen Worten bedächtig, aber umso flinker in seinen Taten sein. Ein wahrhaft großer Mensch verliert nie die Einfachheit eines Kindes. Einen Edelstein kann man nicht blank machen, ohne ihn zu reiben.